So, liebe Kinder, mein Name ist Gunther und ich erkläre euch jetzt mal, wie mein Projekt funktioniert. Und zwar werde ich meine ganzen Sockenkinder in die weite Welt hinausschicken, damit alle kulturweit freiwilligen Sachen in uns sammeln können. Und zwar könnt ihr die Socken, die ihr gleich bekommen werdet, mit Gegenständen oder Fotos oder Zetteln füllen, mit Sachen, die euch bewegt haben während des Jahres und die werden dann auf dem Nachbereitungsseminar wieder ausgetauscht. Gunther! So, ich bin dann mal Gunther Wegs. Tschüss!